Ich glaube, wenn Jupp Heynckes es nicht mehr weitermachen möchte, es ist schwierig zu sagen, welcher Trainer dann in Frage kommen kann. Ich bin mir sicher, dass Bayern München Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, glaube ich, den richtigen Trainer finden wird, ich persönlich. Wenn man jetzt mal allgemein hinschaut, welche Trainer sind in den Vereinen tätig, welche Trainer sind auf dem Markt zu haben. Ich persönlich mag die Arbeit von Thomas Tuchel ganz gern. Ich glaube, er hat auch schon in der Champions League bewiesen, dass er es schaffen kann, eine Mannschaft dort weit zu bringen. Mir hat der persönlich immer sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, am Ende wird es immer eine Liste geben und dann wird, glaube ich, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sich entscheiden. Was könnte passen, Bayern München und Thomas Tuchel? Wenn man meine persönliche Meinung einschätzt, dann denke ich ja, dass das passen könnte. Sehr gut schon gesagt. Bis zum nächsten Mal.